Rennennennennennni ja 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 leute ich bin gerade liefe kaum für die aber sind wir hier wo sind wir wo sind wir hier ist ein aufzug hier drücken ich hab angst hallo die man wirklich hier gar nicht weiter jetzt machen wir noch mal zurück und zurück und zurück kummer 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 hier an der wand hier daran guck ist was die restlichste könnte oh gott wird über was sein wir müssen hier lang gehalt sie an den wänden halt in den wänden dann sieht man was ok hörst du mich bis bei mir bis bei mir komm her komm her ne train station ist das hier oder so so ne mine hier ist nichts gehen wir weiter ab jetzt sieht man wieder was ist das nicht so ein licht open door mags mags wo bist du ja freut mir ich will nicht alleine sein keep out hey gummihähnchen hier was war das wir haben die gummihähnchen gefunden dann wies kommen wir hier entlang oder mags ja was gehört ich hab so ein ich hab fußstritte gehört und du warst nicht hier das ist voll cool irgendwie das ist so detailliert alles ha ha renn renn der will mein gummiähnchen was ist das warum weint der das ist ein baby ja ich hab ein fußkissen renn 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 der hat gerade beide bekommen hast du es gesehen ja er fuckt er fuckt und er fuckt uns renn 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 oh mein god oh god oh 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 soll ich mal reingehen warte warte ich gehe nochmal rein fürn content für content baby bist du auch baby ok nein das ist nicht das baby hab das baby nicht mehr gefunden oh mike ist tatsächlich noch im leben meine gut gemacht mike was hier ist was so die dinger ok gehen wir zurück ich seh nur danny er macht gerade ein mittagsschläge lebt er noch was hier oben drauf vielleicht ingi ingi ich hab ja einen magneten wieso haben wir den denn hallo ich höre ihn ingi ich höre dich wo bist du er ist unterm schiff er ist unterm schiff da rennt er hinterher ich muss da was holen kann mir einer helfen was denn denn ist ein bienennest oh ja ich verstehe max max bleib du nimm das walkie talkie ich lenke sie ab ich denke die bienen ab und dann renne ich das ding holen und ihr fährt sofort los wenn ihr es drin habt aber wenn ich doch mehr gepäck habe dann ok es ist als grab ja ich die bienen weg ok ok und los ich hab's max 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 Was ist jetzt, 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 jetzt! Was ist mit Engi? Achso! Engi? Engi? Komm schnell, komm schnell, komm schnell! Engi? Komm schnell! Wo ist Engi? Ist du tot? Engi? Er bewegt sich gar nicht. Oh, ich glaub... Wollen wir, wollen wir losfahren? Oder wir lassen die voten, wenn wir losfahren sollen. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach sagen... Ja, okay, wir sollen losfahren. Ich wollte den drücken. Wollen wir noch mal rein, wir haben noch Zeit. Oh, die ausbreiten, die schwer... Wer ist mitgestattet? Wer hat gestattet? Wer hat gestattet? Wer hat gestattet? Mann! Was? Bist du ausgerutscht an dem Terminal? Ja. Warte, wo ist Daddy? Oh! 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 Das war Engi! Oh! Hell no! Engi, warum? Oh! Ich hab einen neuen Rang! Ich bin Boss! Bei mir steht gerade, ich hab einen neuen Rang erreicht! Ich bin Boss jetzt! Tja, Freunde. Sieht schlecht für euch aus. Jetzt hab ich die Kontrolle hier. Ein Schnapeltier hat die Kontrolle hier! Ein Schnapeltier hat die Kontrolle hier! Ja! 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 Was hast du da? Was hast du da? Das ist mein Freund! Gib mal her! Das ist meine Handtasche! Das ist mein Freund! Das ist meine Handtasche! Gib mal her! Ey! Das ist ne fucking Beuteltasche, Junge! Checkbag! Alter, ist das die Gucci Beuteltasche? Ja mal, Alter! Das ist die... Das ist die... Das ist die Company Beuteltasche! Ja, die Gucci Tasche! Ich weiß! So, Inki hat sich eine genommen! Aber wenn er stirbt, verliert er die! Ich will die auch haben! Ja! Gewehr! So, mal gucken! Boah! Was brauchen wir jetzt alles, Leute? Boah! Ich brauch ein paar Drogen, glaube ich! Ne! Ich hab richtig gegönnt! Was ist das? Was ist das? Ja! 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 Alter! Mike! Du hast es auch... Mike! Du musst nach unten gucken, wenn du die anhast! Hä? Jetzt! Haha! Das fliegt einfach! Ich will auch! Ich will auch! Ja, wie mach ich die? Wo ist mein Tisch denn? Stortool! Ich hab... Wir haben kein Geld weg, Alter! Ja, schau mal! Komm mal rein! Komm mal rein! Moment! Vielleicht dann was auf dem Boden... Warte, wir führen das hier auf dem Boden! Wenn was auf dem Boden... Die kann ich dann rein tun! Genau! Und dann? Was soll ich jetzt? Und dann kann ich es raus droppen! Ja! Okay! Okay, warte, dann tue ich das in meine Handtasche! Cool! Jetzt ist es drin! Und das auch noch! Äh, Kopa, ich... Warte, ich kaufe noch eine weitere! Die nächste müsste man es dann so nochmal kaufen! Soll ich dann alles rein tun? Ja! 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 Kennt ihr diese Plüschtiere, wo man so seinen Zettel schreiben soll, dann in seinen Mund reinstecken soll zum schlafen, damit er dann deine Albträumme frisst? kennt ihr diese tüchte ich hab so eins irgendwo rumliegen an das erinnert mich das ich tue da meine schüssel rein dann beschützt er mich von monstern ja bis dich mal danny bis dich mal ja ich nehme das training manual mit falls ich mich verlaufe macht das macht das gute idee die batterien nicht vergessen die deutschen batterien und fahren wir nach alaska dachte ich wer ist das das ist hier episode 2 von bannik du bist daran vorbeigelaufen nein bin ich nicht aber was cooles aber wenn du es nicht sehen möchtest ne ich will nichts sehen ich hasse es ich hasse es zu sehen ich will aber liefst meine augen rausreißen so sehr hasse ich ja wir sind wieder im hinschacht danny wir sind im hinschacht guck mal guck mal guck mal danny hier ist ne lohe ey warte auf mich aber der ist einfach ohne mich ausgefahren Leute wir haben gewonnen ich hab Toilettenpapier gefunden was haben wir gewonnen ich hab Toilettenpapier gefunden ernsthaft ich bin unterwegs ja und dein Wieningang da ist Haarstuhmusik Leute Toilettenpapier Hi Hä warte nimm mal die ganzen großen Sachen immer hier rein ja das ist ne gute idee keep out yellow hä die betreten die Ki ich betrete Uwuzhan's Uwo damit würde ich sagen ich gehe in die Etage runter irgendwer hat gerade die Zeit eingehalten was warte danny schau mal schau mal ich hab ein Ki ne ich bin der Schlüssel sammler ich bin der Schlüssel sammler ich bin der Schlüssel sammler hier ist Gas Danny was ist los Maik wo soll der Schlüssel sammler Hilfe, Hilfe ich bin dort Ich bin tot, ich bin tot! Ernsthaft? Wie das aussieht So, Maikes Leiche ist da unten Wir wollen die Tasche holen, die Leiche ist egal So, das Monster ist hier noch Das ist das Monster, das man das nicht hören kann Danny, 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 gib mir mal deine Tasche Danny, gib mir bitte mal deine Tasche Habt ihr's gesehen? Wenn das euch sieht, ist es vorbei Dann müsst ihr sofort gehen Willst du mal meine Tasche? Ich will die mit nach Hause legen, damit die nicht weg ist Aber du willst ja Danny Ich will dich ja Maikes holen Ciao So Ciao, nimm Max mit Nein, nein, nein Wow Viel Spaß Du kannst ruhig sein, wenn du willst Das Ding kann nix hören Aber wenn es dich sieht, dann ist es vorbei Ich will noch mal fahren Mann, da liegt Mike Ah, ich will noch mal fahren Ich will noch mal fahren Fingy Hau auf damit, wir brauchen den Aufzug Ach, Junge Jetzt bis jetzt warten, muss der Aufzug wieder da ist Weil das ist unser einziger Fluchtweg Das Ding Das ist dieses Ding, was ganz schnell auf dich zu rennt, wenn es dich sieht Und ich dann gut halst, wenn du da machst So So Nein, das ist nicht fair Äh 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 Ja Ne? Weiß Ich bin jetzt hier nicht bewegt, die zerfallen Ist da mal weg? Ist vorbei, ist over man Okay, das ist auf mich fixiert Feier exit Feier exit Das ist, okay Max, ich glaub an dich Du musst an dem Ding vorbeigehen Und dann An der Tür, da ist Mike Linus An der Tür Größten Okay, komm mit Aufzug Oh nein, der ist da ein OOO Er ist tot! Ey, komm, mütz! Hä? Das geht nicht! Du kannst schon weg, wo ich geschafft hab! Oh oh! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh da jetzt! Super jetzt! Come back, don't have the attack! Ne, bei dem Lugberg, alter! Guck ihn dir an! Alter! Oh, schilder! Ey, ihr habt nicht an den File Exit gedacht! Ja! Oh nein! Oh oh! Die können hören! Die sehen... Oh! Wow! Die können hören! Kein schlitten Papier, okay! Ne, heute scheißen wir auf dem Boden! Und wischen uns den Arsch mit unseren Bunny-Füllchen ab! Ja, ich hatte aber ja Dennis mitgenommen, ne? Jetzt, mach mal, geh mal! Der ist weggepackt! Aber Max, eigentlich sind es doch wie die Handtaschen-Schwestern! Ach so, Leute! Komm mal her! Komm mal her! Komm mal her! Und greift bei Mami's Bauchtasche! Okay! Okay! Eins für mich! Was kommt da raus? Eins für mich! Danny! Mario! Hier ist eine Bombe! Hier ist eine Bombe! Hier ist eine Bombe! Hier ist eine Bombe! Ich mag Bomben... Ich mag Bomben... Vor allem, da hab ich gerne sie rein! Watchme! Watchme! Oh! Ok... Ok... Was brauchst du? Inge, sag mal was. Ich bin... Dank Inge. Hä? Hallo? Nein? 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 Hallo? Ich will nicht bleiben. Äh... Ah! Hi. Ich komme mit. Ja? Ich will raus. Ja, komm mit. Ich will raus. Ja, komm mit. Ich weiß, wo es rausgeht. Ja, nicht mehr raus. Kann ich mich an deinem Puschel festhalten? Ja, pu... Ja, mach mal. Oh, ich halte nicht deine Händchen. Nicht so fest! Nee! Ich gehe bitte nach Hause! Nein, ich gehe nicht so schnell rennen. Ich gehe nicht so schnell rennen. Wir haben die... Schnell, komm komm komm, schnell 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 schnell. Wieso? Wieso? Wir haben eine Spinne. Wo? Im Dings drin! Das ist nicht Schwimmbäben gesehen. Nee. Wurde ich noch mal im Video nachschauen. Ich habe nichts gesehen. Hingi? Da kommt der Riese. Da kommt der Riese. Guck mal, Hingi. Start mit dem Wagen. Start mit dem Wagen. Start mit dem Wagen. Du bist unter dem fucking Schiff. Komm her! Hallo! 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 Ich habe Angst! Nein, was machst du? Ach, Hingi! Wieso macht der denn die Tür auf? Er ist gesprungen. Ey! Hilfe! Er ist gesprungen, Junge. Hingi, ich hack dir die Eier ab. Die Ostereier. Was ist das nicht vorne? Na? Großmann! Mars! 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 Hi, Hingi! Oh! Ich will noch mal fahren! Ciao, Hingi! Bro? Alter Ist das ein Herz? Joge ist das Wie du da liegst I take that? It's mine now Iggy, Iggy bleibt da drin, bleibt da drin Bleib da drin Nein, warte, warte hier Joge Wir müssen so feuer exelt Ehrlich man, wir müssen so feuer exelt Was? Lass mich durch Tschüss Versteck dich ne Pile, ne Pile Verstecken Ciao Sollte ich ihn retten gehen? Max, kannst du mich hören? Ich lege Vor dem Fahrstuhl Walkie talkie und ne Taschenlampe mit Wenn ich mich nicht mehr bewegen sollte, dann Nimm die mit Ach so, sollte ich mir vielleicht mal ausmachen Ähm Das aus und So Ich rette die jetzt Oh man Joge Wie dumm ist das denn? Ich kann dich nicht nehmen Das ist so dumm Das ist so dumm Es geht nicht Bro, ihr seid verpackt Ja, hier hat man sich verstecken können aber Was machst du da an? Was ist denn los, Mann? Kollege Fang ich hier rein? Was hab ich gemacht? Ich hab reingezoomt Ein Coilhead Ein Coilhead Ich bin tot Du warst schon den, den man starren muss Okay Ah, das ist das Was ist das Ich bin tot Ich bin tot Wachs ich glaube das lohnt sich nicht Ich würde dir vorschlagen Du rennst schnell zum Oder warte Kannst du mich rausführen? Also Du bist über der Sankgasse Du müsstest halt Angehend durch Danach Links Okay Das ist noch mal Ja Das ist noch mal Direkt zu dir Kein doch doch nichts Und jetzt? Red ich jetzt rückwärts? Du bist über der Sankgasse Okay Ich gehe außenrum an ihnen vorbei Denkt dran Wenn ich tot bin Dann hol die Sachen beim Fahrstuhl Okay Jetzt? Ähm, na Rechts Muss ich hier rechts rein? Ja Und jetzt? Entweder nach Äh Rechts hinter dir Wird irgendwie schon Eingriff Gefallen Du bist Auf die Fünde neben der Tür Wieder rein Und dann nach Was ist daneben hier? Äh Also ich bin jetzt nach hinten Geht das nicht Geht das nicht Und dann Buch da halt Und dann Max ich brauche einfache Instructions Ich bin Schlicht damit Sag mir rechts Dings Vorne hinten Hinten Dann rechts Dann nochmal rechts Und dann Beschwanderausgabe Da ist was Da ist was Hi Sag meinen Eltern Dass ich sie liebe Ah 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 Junge Mein herrn stand still Ich konnte nichts mehr Alter Nein 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 Max Ach Digger Mann Wenn der jetzt stirbt Ne Dann ist vorbei Macht rechtsklick Rechtsklick Nicht mit mir Max Wieso haut der jetzt nicht ab? Tu doch Oder? Ich glaub da nichts Hä? Äh Buck Ich geh was machst du da? Ich hör YouTube Warum? Hä? Hä? Was ist passiert? Was ist passiert? Ich glaub Max ist im Universum fest Ja Ähm Do we tell him? Ich war auf einmal nicht willkommen für die drin Doch Statt dass ich auf den Mond gelandet bin Hä? Hä? Ich wollte gerade eine creepypasta machen Da war einfach die Trackrooms Da war einfach die Trackrooms Da war einfach die Trackrooms drin Leute Max Was war da los? Hallo? Hallo? Hi Du warst grad im Universum fest Wir haben Fußball? Wieso haben wir den Fußball? Kick ihn Boom Hä? Ja Ich hab den wirklich gekickt Was kick den? Kick ihn Wie mach ich das? Du hast doch grad gesagt dass sie mitgekickt Haha Die kann man kicken Lass Fußball spielen Warte nicht nach außen Alter Lass Fußball spielen Oh 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 Die Bunny WM Warte 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 Ingle Verzieh dich genau direkt vor mir ok? Okay Bleib mal da stehen aber nicht bewegen ok? Nicht bewegen Warte Warte ich will mitmachen Ich will mitmachen Oh my god Ist das Bleib mal stehen Bleib mal stehen Ja 2, 2, 2, 2 Hier Höhö Ich will das in die Fresse hauen Ich will das in die Fresse hauen Höhö Hey Hunger Hey Willst du den haben? Willst du den Fußball essen? Warte mal lauf mal Max komm Max Bleib mal stehen Bleib mal stehen Bleib mal stehen Nein 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 Bleib mal stehen Bleib mal stehen Wie krieg ich das? Du musst einfach gegen ihn vorbeilaufen Nein, ist er drunter! Einfach nur gegenlaufen! Ich steh schon! Nein, das ist zu weit, das ist zu weit! Wir kommen in Tufa! Nein, ich steh! Nein, habt Glück gespielt, Kinder! Wie viel ist der Wert? Was bin ich beim Scanning? Was knurrst du so, du Bastard? Kann ich scannen, wieso? Kann ich nicht scannen! Warte, ich schmeiß den mit dem Ball ab! Mein Ball mehr! Nein! Nein, mein Ball! Mein Ball! Ich fahr meinen Ball wieder! Lass mich rein! Mach das Licht aus! Nein! Ey! Du bist so gemein! Es bleibt jetzt dunkel! Wo ist der? Hä? Da? Hä? Okay! Hier wird die Shader ausgemacht werden! Ich verspreche nicht! Ja, hallo! Licht aus! Strom sparen, wenn jemand da ist! Haha! Halt die Presse! Danny, ist das der Caller, der sich bewegt? Danny! Der als erstes, was nach Hause bringt, kriegt etwas cooles, ja? Ich frage einfach Danny! Das streng dich an, Max! Hä? Was ist das denn hier? Wenn ihr dann mit dem Schatz runter nach links geht, dann müsst ihr ein Schatz bleiben! Und ganz durch auch! Wo sind wir? Ihr seid einem Schatz vorbeigegangen! Die Meme! Ich bin zurück zum Schacht! Schon wieder! Hier ist was! Okay! Wir müssen nicht das machen! Haha! Ich geh da weiter! Quicktime! Nein! Fuck! Was war das denn falsch? Ja, das hier! Ich hab das Quicktime-Event verkackt! Ich glaube, ihn geht weiter! Mach das nicht, das ist zu laut! Hier ist bestimmt was! Könnt ihr euch vorstellen, euch hier drin zu verklemmen und dann kommt ihr nicht mal raus? Okay! Es ist super schwierig, dann zu navigieren wie ihr gerade seid! Dann ist es noch schön! Ja! Danny! Okay, Danny ist tot! Nein! Na Mike? Oh Mann! Okay Mike, komm mal nach Hause! Gib dir was schönes zum Trost! Ich seh nur, wie Max da reinläuft! Haha! So ganz gern! Du bist ein MPC! Ich seh schon! Warte! Ich hätte den Jen gemacht haben! Da ist was! Sind wir hier? Okay Mike, da sind noch zwei Schützer! Dann komm mal auf die Suppe da rum! Du, wer hat hier was getrunken? Super! Ich dachte, jetzt müsstest du voll sein, oder? Ich warte erstmal, bis du... Ich weiß, ich kann nicht... Wie jetzt nach Hause... Also... Zurück! Zurück! Mike! Jetzt nach vorne! Einfach nach vorne! Und jetzt nach links! Was ist das? Scheiße! Laugasse! Oh Gott! Das Bewegungsmusik kenne ich nicht! Scann mal bitte! Es erfolgt dich grad nicht mehr! Doch! Mike! Du gehst grad zu einer Wackgasse! Aua! WTF! Ich glaub Mike ist auch zurück! Du hast es nicht gescannet! Ja dann! Doch! Ich hab rechtlich gespammt! Oh yeah! Baby! Oh ja! 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 ā! Oh ja! Im Gegenteil! must have element! Uge! Was war das?! Mein Kopf abgeschnitten! Das war Edward mit der Schere! Die Schere! ?? Das ist ja fällig. Digga, was war das? Beufeld, du bist ein bisschen zu vieles Guten. Inki, bei mir war Edward mit der Schere. Ja, das war so ein komischer Typ, der... Hör auf! Gib mir auch was für dich! Lass du auch was für dich! Geschätzliche Hausliebungswürdige Leute. Ey, gib mir auch was! Ey, du wirst das so geizig! Ey, du nimmst alles für dich! Du bist so geizig! Gun, 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 gun! Gib her! Gib her, Mann! Gib her jetzt! Geh, her damit! Los! Her damit! Dropen, droppen, droppen, droppen! Drop, 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 drop! Ich bauch! Ich bauch! Ich bauch den Stoff, Mann! Oh mein Gott! Och, Inki! Ich hasse dich, Inki! Nimmst den ganzen Spaß nur für dich alleine! Das ist nicht nett! Warte, du darfst dir dies auch! Ich will den Weg nicht mehr! Ich will den Weg nicht mehr! Bis zum nächsten Mal.